Das gibt's doch nicht. Ja doch, bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen jetzt etwas richtig cooles und ich würde sagen, dem bedarf keinerlei Erklärung. Wir schauen uns das Produkt oder die Produkte mal an. Jetzt wird's richtig spaßig und bitte an dieser Stelle nicht alles immer auf die schwere, sondern auf die leichte Schulter mal nehmen. Zum Beispiel wie Popolino und Popolina. Richtig, wir stellen vor Popolino und Popolina und wir starten mit dem werten, verrückten Popolino. Dem ist ein Missgeschick passiert, der ist gestolpert und dann, naja, was kommt bei rauf? Er hat sich in einen Stiftehalter verwandelt. Und der kann natürlich nicht nur viel mehr, ich finde das ist natürlich eine praktische Angelegenheit, macht sich auf jedem Schreibtisch wunderbar. Unser kleiner Popolino und hier mit seiner Riesen-Nase. Aber, liebe Zuschauer, schauen Sie mal, wenn man diesen Stift hier, zack. Ja, das können wir jetzt machen und er sagt jedes Mal was anderes. Also der ist da ganz flexibel, was er von sich gibt, aber es ist natürlich ein großer Spaß. Das schmeckt auch mal. Wenn man das, du willst auch mal. Finger im Po, Mexiko. So, ich halte fest. Oder auch eben Stift im Po. Stift im Po. Stift im Po. Popolino. Oh, ich glaube, er mag das. Das ist jetzt auch ein tolles Präsent mal so für jemanden, der vielleicht jetzt auch so ein bisschen dunkleren Humor hat, oder? Der dunklen Humor hat oder der ganz oft mal auch andere Leute auf die Schippe nimmt, der sich oft lustig macht über irgendjemand. Dann bekommt der das hier auf den Schreibtisch gestellt und dann ist er mal derjenige, der hier dann für die Lacher sorgt. Schauen Sie mal, Stift rein. Das ist natürlich hier für jeden Schreibtisch eine absolut tolle Unterhaltung. Ist natürlich auch ein genialer Party-Gate. Wenn man mal hier ein paar Freunde zu Besuch hat, dann kann man hier mal sagen, guck mal, was ich hier gefunden habe. Tolle Idee, toller Preis, absolut geniales Geschenk. Greifen Sie zu. Mit der Bestellnummer PE 844 und der 569 für 7,55 Euro kommt Popolino. Mit dem Pickeln auf den Hintern, mit der dicke Nase, mit der Taucherbrille an. Zack, ist ihm missgeschickt passiert. Hingeflogen und jetzt dient er als Stifterhalter. So ist es passiert. Genau so war es. So, guck mal hier. Wow. Absolut lustig. Oh, das war jetzt aber hier. Das ist aber auch was Nettes für ein Schreibtisch. Einfach um jetzt auch mal so die triste Stimmung vielleicht am Arbeitsplatz mal wieder aufzuhellen und zu sagen, Mensch, ach, guck mal, da kommt der Klaus wieder, der Klaus mit seinem Stifterhalter, der einfach hier die gesamte Abteilung unterhält. PE 844 und die 569. Wir zeigen Ihnen gewiss zuerst die Popolino-Variante, denn in wenigen Sekunden zeigen wir Ihnen Popolina. Wir möchten aber zeigen, dass wir hier natürlich sowohl Damen als auch Herren haben. Da ist sie. Popolino hat eine Freundin, die nennt sich Popolina. Naja, und Sie ahnen es schon, die kann genau das Gleiche. Auch der ist ein Malheur passiert. Auch das ist ein Stiftehalter. So. Ist das mega. Ich würde beide mitnehmen. Dann hat man das Pärchen zu Hause und dann fühlt sich auch keiner benachteiligt. Da hast du recht. 7,55 Euro ist nämlich auch der Spitzenpreis für Popolina. Mit der NC 1045 und der 569. Dürfen Sie sich die hier gleich bestellen. Die Popolina, die, die ihren Puppo rausstreckt, um ihren Stift zu halten. Übrigens hier gleich zugreifen und bitte bestellen mit der NC 1045 und der 569. Die beiden werden aber auch nicht getrennt, oder? Nein, das ist ein kleines Liebespärchen. Guck mal, jetzt packe ich die hier auch so, dass man die zusammen sieht. Zack. Mit den gleichen Vorlieben. Jetzt wird hier um die Witte gestöhnt. Ja. So, damit natürlich auch das Stöhnen hier in vollen Gange treten kann, zeigen wir Ihnen jetzt übrigens gleich auch noch kurz eingeblendet die passenden Batterien dazu, die Sie hier im Sparpack für 6,60 Euro bestellen dürfen. Das sind grundsätzlich die Batterien passend hier für Popolina und Popolino. Wir haben die Doppel-A-Variante hier für Sie. Das Ganze im 20er-Sparpack zu einem unfassbar genialen Preis. Batterien kann man immer gebrauchen für alles Mögliche, schlagen Sie hier unbedingt zu. Ja, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an. So was gibt es nur bei Pöll TV. Finger im Po Mexiko war gestern, heute haben Popolina und Popolino den Stift in Po. Also gleich bestellen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.